damit herzlich willkommen zu einem neuen spiel wie ihr schon sehen könnt neomagazin royal das spiel jäger der verlorenen klatschen das eigentlich nur aus dem grund auf bei gestern am 15 12 2016 der zweite teil herausgekommen ist das heißt soweit ich weiß das secret of the island also eine direkte anspielung an okay und ich würde sagen wir fackeln nicht lang sonst starten ein neues spiel und mein fortschritt wird automatisch gespeichert das finde ich sehr schön tief in köln-hahnwald die major böhmermann maison keine ahnung williams texas auch fertig schnell zum flugzeug die show fängt gleich an neomagazin royal das spiel mit jann böhmermann episode 1 jäger der verlorenen glatze und diese absteuer stürzen wir uns jetzt neomagazin royal hallo hallo ein herzliches willkommen zu neomagazin royal jäger der verlorenen glatze die show geht bald los hilf mir william sein sendungsbuch zu übergeben du kannst mich durch die gegend steuern indem du einfach irgendwo in den raum klickst um mit irgendwelchen objekten und den ganzen verrückten hier zu interagieren halte die maustaste kurz gedrückt dann kannst du auswählen ob ich ein objekt oder eine person anschauen benutzen oder aufheben oder zutexten soll so los geht's ok ich würde sagen jetzt schnell william seine texte geben dann kann die show auch endlich anfangen ok also ich würde sagen erstmal man sieht wahrscheinlich dass das spiel auch auf endworlden iphone fügbar ist denn es hat schon eine sehr starke ja handy steuerung aber ich würde sagen wir haben hier williams sendungsbuch das ist das sendungsbuch für william genau das ist das sendungsbuch für william ok es gibt hier übrigens nicht sowas wie ich kann leertaste drücken wird alles angezeigt ich muss also alles selber anschauen für die einen ist es ein feuerlöscher für peter altmaier der größte sahnespender der welt den kriegt das schleckermäulchen innerhalb von zwei bratwürsten leer geschlürft und ihr merkt schon der humor ist typisch gern über mann liegt wahrscheinlich auch teilweise daran dass er dieses spiel mitgeschrieben hat aber ich nehme ich schaue jetzt erst mal ob wir mit dem vorlöscher reden können reden ist silber woanders draufklicken ist gold ok aber mitnehmen besser nicht den brauchen wir noch wenn die gags wieder zu heiß werden so bleibt er hängen bis er wahrscheinlich abfällt ok wir schauen mal zur bühne ich darf noch nicht auf die bühne absoluter horror für ein künstler wie mich das glaube ich da gehen wir halt mal in die maske William scheinen nicht hier zu sein spinn 101 abgeschlossen schade spinn 102 ok was war das für ein geräusch William William bist du da drin bist du da drin was die klemmt irgendwie was war das für ein geräusch gestern wir uns das angehört William bist du da drin bist du da drin ok ich bin 103 abgeschlossen auch abgeschlossen ok da ist Williams Kamerahut damit dreht William auch Filme für Pornhub das will keiner wissen lieber nicht klebt ein bisschen iiih ok waschmaschine da sind entweder Williams Pullover drin oder es findet ein Holy Festival statt mitnehmen ok nehmen wir halt ein Pulli mit ein William Pulli 100% Alpaka Wolle nice hat's wohl gespeichert was haben wir hier Botox Spritzer die spritzt William sich in den Pulli damit er faltenfrei bleibt sehr gut schade Schminkzeug noch mit mir das bleibt schön hier man Ledersessel benutze das doch selber ich habe zwar kein Ledersessel aber ok schauen wir mal in den Spiegel selbst hier habe ich einen Nasenschatten verdammter Lichttürke und wie man wahrscheinlich bemerkt hat es basiert auf der Sendung ZFN Royale aber wenn das bis hierhin wahrscheinlich noch nicht aufgefallen ist dann hat die Sendung entweder noch nie gesehen was er dringend nachholen sollte oder ein anderer Grund fällt mir gerade nicht ein ok gehen wir mal zur Tür Schau da hinter sind noch mehr Räume nein hmm abgeschlossen fick dich doch die Tür war fest verschlossen die Tür zur Teamtoilette geht abgeschlossen aber sind alle Türen ja abgeschlossen dann wegen der Topfpflanze wenn die auch abgeschlossen ist dann schlage ich die grün und komisch gewachsen wir nennen sie Claudia Roth da rede ich mir ja den Mund fusselig die weckt aber die ja rot nö geh weg damit ok Stromkasten lieber nicht nehmen wir Pulli benutzen ihn was hat er jetzt gesagt? Williams Pulli meine Managerin hat gesagt ich soll das nicht machen ok haben wir noch nächste Tür da geht es in den Party Raum ja da müssen wir noch rein abgeschlossen sind alle Türen hallo Herr Böhmermann hey Leute hat einer von euch William gesehen? ist hier die Weltkarte für den Weltübermachtsplan von ZDF Neo Royale haben wir ein Bällchenbad da drin verstecken sich die Autoren immer eine Kreditkarte wer hat die denn hier verloren? in welchen was haben wir? der Beef Träger der Typ der immer das Beef bringt natürlich logischerweise der Beef Träger was haben wir hier eine Gag Maschine? die Gag Maschine sie produziert die ganzen Gags ok nicht nötig mein Witze Köcher ist voller als Jenny Elvers auf dem roten Sofa ok Hut ein Hut was da wohl drin ist? hättest du lieber ein Tinder Match mit Boris Becker oder ein Tennis Match mit Barbara Becker? ah das sind die Gags Trainer wärst du lieber ein Leben lang die Frau von Lothar Matthäus oder die Tochter von Mutter Wollny? was haben wir da? die Wall of Beef ich hasse die aber ich liebe die auch aber ich hasse die aber ich liebe sie auch aber ich hasse sie aber ich liebe sie vielleicht Flair ganz nach oben auf jeden Fall ach lassen wir erst mal so ok was haben wir noch? wir haben das Bällchen Bar da habe ich schon die Haut flücken damit möchte ich echt mal nix anfangen die Weltkarte mein Reich das soll alles einmal mir gehören da führt der Adi in mir ganz sentimental ach wie ist das das wird er doch in jedem von uns bitte nicht zu ernst nehmen ein bisschen ich sag mal Schwarzer Burger doch im Leben dazu das will ich nicht haben eben wolltest du es noch haben ok sprechen wir erst mal mit dem Beef Träger wer sind sie und was machen sie hier ich bin der Beef Träger ich bringe den Beef haben sie denn auch ein Beef für mich haben sie denn auch ein Beef für mich ich habe hier einen in meiner Beef Tasche oh ich muss ihn hier irgendwo verloren haben den brauche ich doch für die Sendung ok Aufgabe 1 für den Beef für den Beef Träger haben zufällig unsere DJ Will I Am gesehen haben sie zufällig unseren DJ Will I Am gesehen leider nein im Normalfall findet man die doch immer in der Maske beim Haare kämmen haben sie zufällig unseren DJ Will I Am gesehen leider nein was machen sie mit der Hornhaut Rommel was machen sie da mit der Hornhaut Rommel Parmesan fürs Catering geht ernst haben sie denn alles für die Sendung ich bin Beef Zusteller und habe kein Beef okay haben sie alles schon angehört haben sie alles ich bin was machen sie aus Versehen okay weiter dann ist gut bis später Dankeschön Herr Willmermann kann ich sie vielleicht noch um mein Autogramm tut mir sehr leid aber ich muss weg leider keine Lust leider keine Lust Hautflug hier könnte auch mal einer durchsaugen das ist Macht zum Glück okay wir spielen mal mit Bart Hi Bart Hey Boss Sag mal was machst du hier eigentlich was machst du hier eigentlich ich pass auf dass hier keiner von Axel Springer reinlatscht sehr gut was machst du hier was anderes hast du unseren glatzköpfigen Sidekick gesehen nee aber im Zweifelsfall ist da ein Befehl zu finden wie bist du echt zu deiner Gesichtstätowierung gekommen ach so ja macht Sinn okay ist egal man sieht sich aber sie sind der will doch bestimmt einen William Pulli haben lieber nicht der Pulli trägt ein bisschen auf okay aber der Beef trägt aber noch einen William Pulli was was die Kreditkarte von Markus Lanz die Kreditkarte von Markus Lanz warum nicht okay können wir nicht hier einfach ein bisschen Beef abnehmen und dem Beef Trigot geben Flair ganz ach lassen wir okay Sendungsbuch das steht der Beef für die okay können wir denn jetzt mit der Kreditkarte vom Herrn Lanz einer von diesen Türen öffnen ich sollte erst einmal William finden genau dazu ich sollte erst einmal William finden oder vielleicht die Klemm der ich sollte erst einmal William finden ist das warum nicht hast du William gesehen Captain Hast du William gesehen zu dieser Zeit lässt er sich meistens die glatze pudern hast du irgendwo Beef herumliegen sehen du wirfst doch Post immer gleich weg weißt du noch wo ich den Toilettenschlüssel verstecken wollte den Toilettenschlüssel verstecken wollte den Geruch nach in deinem Büro sehr nett ich wollte nur mal hallo sagen okay ich wollte nur mal hallo sagen das hast du gemacht falls ich dir noch irgendwie helfen kann komm rum schlack ich kann mir deinen ganzen kram anschauen vielleicht fällt mir dazu noch was ein ich finde ihn auch sympathisch nein ich möchte leider keine lust ich möchte ich schau mal was hältst davon kreditkarte die öffnet nicht nur schenkel sondern auch so manche türen okay damit kriegen wir sich den ganz auf okay mit William schau mal was hältst du davon der ist ja ganz nass ich hoffe das ist nur schweiß okay nasser William Pulli schau mal was hältst du davon da stehen Williams Texte drin das ist ja nicht so dass ihm die jemand zuflüstert okay wir versuchen jetzt erstmal damit den Spind 1 2 aufzubekommen die Kreditkarte ist zerbrochen Hashtag mega fail okay auf damit ein Geheimgang wie bei 5 Freunde da geht's runter in den Quotenkeller Tiefen Abstieg dieser William hierher verschleppt er nach der Sendung immer seine Groupies Krempel Seepferdchen ich will Seepferdchen abzeichnen die liegen eigentlich ganz gut da nein ach die sind noch von meiner Flüchtlingshilfsaktion Seepferdchen für Afrika übrig du glaubst wohl ich mach alles für Geld oder klar benutze das doch selber hier hätte der Trödel Trupp sicher seine große Freude auf jeden Fall die Skelette die muss hier bleiben rum Lena hat aber ganz schön zugelegt ich werde nicht sagen dass ich den Humor Klamp fuck wo habe ich es muss leider zugeben ich habe auch nicht jede Folge ZFNEO Royale gesehen aber ich kenne Klamp von irgendwo her wagt mich aber nicht von wo ich sehe übrigens gerade 17 Minuten eine gute Zeit fein cut wir sehen uns nächstes mal wieder viele Grüße aus dem Kotenkeller